Das Wölkchenmuster ist sehr einfach zu häkeln. Sie müssen dazu nur feste Maschen, Luftmaschen und auf zwei zählen können. Das Muster eignet sich für Decken, Tischsets, Kulturbeutel, aber auch für Mützen und andere Accessoires. Los geht es mit einer Luftmaschenkette mit gerader Maschenanzahl in der gewünschten Länge. Wichtig ist den Anschlag, also die erste Luftmaschenkette, sehr locker zu häkeln. Zur ersten Reihe stechen Sie in die zweite Luftmasche ein, häkeln eine feste Masche, machen zwei Luftmaschen und danach eine weitere feste Masche in dieselbe Luftmasche. Dabei entsteht ein kleines Maschenpäckchen aus einer festen Masche, einem Luftmaschenbogen aus zwei Luftmaschen und einer weiteren festen Masche. Lassen Sie anschließend eine Luftmasche aus und häkeln das nächste Maschenpäckchen in die darauf folgende Luftmasche. Am Ende der Reihe kommt das letzte Maschenpäckchen mit einer festen Masche, zwei Luftmaschen und einer festen Masche in die letzte Luftmasche der Luftmaschenkette. Danach häkeln Sie zwei Wendeluftmaschen und wenden die Arbeit. Vor Ihnen liegt nun die erste Reihe mit erhabenen Luftmaschenbögen. Suchen Sie sich nun die Mitte des ersten Luftmaschenbogens und häkeln Sie dort erneut ein Maschenpäckchen aus einer festen Masche, zwei Luftmaschen und einer festen Masche hinein. Das Muster wiederholt sich nun fortlaufend und besteht nur aus den beschriebenen Maschenpäckchen und den zwei Wendemaschen am Ende jeder Reihe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.